Auf dem Board sind viele unterschiedliche Gravurmöglichkeiten verteilt. Zunächst zeige ich Ihnen, wie man graviert, dann zeige ich Ihnen die verschiedenen Motive, mit denen Sie arbeiten können. Zum Gravieren ist Perlmuttpapier das absolut beste Papier, weil es das makelloseste Ergebnis produziert. Sie legen Ihre Karte immer mit der Vorderseite nach unten über die Gravur. Hier werde ich jetzt einfach einige dieser unterschiedlichen Linien eingravieren, um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben. Fangen wir also mit dieser hier an und Sie sehen, wir folgen einfach vorsichtig der Form. Bei all diesen dekorativen Gravuren macht es überhaupt nichts, wenn Sie über die Linien treten, denn das Ergebnis auf der Rückseite sieht absolut perfekt aus. Ein anderer guter Trick ist, wenn Sie mehr als eine dekorative Linie gravieren wollen, vielleicht wollen Sie an einer entlang schneiden und eine zum Dekorieren nehmen, dann können Sie einfach Ihre Gravur ein wenig nach oben schieben und eine neue Gravur darunter starten. Was Sie also sehen, wenn ich das hier umdrehe, wenn ich hier nur die halbe Gravur mache, Sie können entweder eine einzelne eingravierte Linie haben oder Sie können daraus eine Doppelgravur machen und Sie sehen, in allen Kapiteln dieser DVD, wie wir diese dekorativen Gravurlinien benutzen, um einigen unserer Arbeiten ein wirklich professionelles Aussehen zu geben. Und es gibt Ihnen auch den Elan, Ihre Arbeit weiter zu vervollkommenen. Sie haben hier also vier unterschiedliche Gravurlinien, die alle nach dem exakt selben Prinzip funktionieren, wie ich Ihnen eben gezeigt habe. Zusätzlich haben Sie die Gravurlinien und Motive im Inneren Ihres Boards. Wenn wir das Board schließen, sehen wir auf dem Abschnitt zum Kartenfalten, dass wir dort drei zusätzliche Gravurlinien haben. Im Anleitungsheft geben wir Ihnen Ideen, für was Sie diese Linien benutzen können, um Ihre Karten- und Schachtelarbeiten zu dekorieren. Dann auf dem letzten Abschnitt des Boards sehen Sie das dekorative Halboval und die Herzhälfte. Beide Dekorationen sind großartig für Ihre Pop-Out- und K-Karten, da sich beide Formen gut für A5- und A6-Karten eignen. Sie haben ebenfalls diese wunderschöne dekorative Libelle. Wir haben diese Libelle extra so designt, dass die mittleren Teile des Libellenkörpers einzeln sind, damit Sie den Schwanz Ihrer Libelle so lang gestalten können, wie Sie ihn wollen. Einfach die Karte hochschieben, ein paar mehr eingravieren und dann das Endteil des Schwanzes gravieren. Das doppelte Herz weiter unten haben wir so konstruiert, dass Sie entweder ein kleines Herz haben, wenn Sie der oberen Gravurlinie folgen, wenn Sie aber ein längeres Herz wollen, können Sie die untere Linie benutzen. Darunter haben wir den dekorativen Schmetterling mit seiner ungewöhnlichen Flügelform. Ein guter Tipp meiner Meinung nach ist, wenn ich den Schmetterling benutze, dass ich nicht unbedingt immer die Fühler mitgraviere. Sollten Sie zum Beispiel den Schmetterling auf die vordere Seite Ihrer Karte oder Ihrer Box haben wollen, können Sie ruhig die Fühler mitgravieren. Sollten Sie aber Ihre Gravur ausschneiden wollen, würde ich die Fühler weglassen und einfach später dazu malen. Am Schluss haben wir unsere dekorativen Gravurecken, die wir uns auch im Kapitel für das Falten von Briefumschlägen anschauen. Wir haben vier verschiedene Eckmotive und bei jedem wird eine Ecke Ihrer Karte einfach an die kleinen Erhebungen angelegt. Alternativ dazu haben Sie diese große Ecke hier. Die Idee ist, dass Sie einfach Ihren Umschlag an den oberen Teil hier anlegen und das gibt Ihnen eine sehr aufwendige und dekorative Gravur mit einer Anzahl an unterschiedlichen Elementen, die Sie mit der Dekopage-Technik verzieren können.